Einen wunderschönen guten Tag aus Berlin. Es ist Montag, heute ist der 15. Juli 2024. Es ist ein wunderschöner Wochenstart. Ich bin fit wie ein Turnschuh, auch wenn ich gestern relativ schlecht eingeschlafen bin. Zu viele Gedanken im Kopf und irgendwie nicht müde und ja, dann draußen noch Fußballbegeisterte, die Spanien, England geguckt haben. Und ja, irgendwann noch Ohrstöpsel rein und dann ging es auch einigermaßen. Ja, was gibt es zu erzählen? Es ist eine neue Woche. Es ist Montag. Ich kann von zu Hause aus beruflich aktiv werden. Das ist ganz angenehm. Und bin mal gespannt, was die Woche so ansteht. Ja, wir schauen mal. Wochenende war gut soweit. Wir haben bei Baldur's Gate 2x5 Stunden Spielzeit. hinter uns gebracht. Das ging sehr gut. Und ja, wir haben, glaube ich, viel geschafft. Wir haben das Unterwassergefängnis leergeräumt, alle gerettet oder fast alle. Wir haben gegen Ohingen gekämpft. Die hat gestern mit uns ganz schön den Boden aufgewischt. Und ja, wir haben, glaube ich, guten Fortschritt gemacht. Wir haben jetzt zwei Nässersteine von dreien. Der nächste, den wir jetzt verbimsen müssen oder der mit uns wieder den Raum putzt, ist dann Gortasch. Mal gucken, wie der so abgeht. Ja, ansonsten Serien geguckt, gegessen, Blumen gegossen, Wäsche gewaschen, ein bisschen Haushalt gemacht. Heute hat man uns halt so macht am Wochenende. Nichts Besonderes sozusagen. Stream gibt es heute nicht. Heute ist wieder Stream-Pause. Werde ich aber nutzen, um ein bisschen Haushalt heute Nachmittag zu machen und vielleicht auch nochmal ein bisschen mit André zu quatschen, zu spielen. Unseren Stockholm-Aufenthalt dann auch planen. Und dann mal kicken, was heute noch so losgeht. Ja, vielleicht hat ja Germaine Zeit, ein bisschen zu quatschen. Mal gucken. Schauen wir mal. Ja. Ansonsten habe ich hier, ne, Rasierer angesetzt. Mehr schlechter als recht, wenn ich so mit den Fingern drüber gehe. Ja, und ich starte jetzt in einen neuen Tag, in eine neue Woche und ich wünsche euch einen guten Start in Kalenderwoche, keine Ahnung. Und wir hören uns morgen wieder. Ich wünsche euch was. Habt einen schönen Tag. Lasst euch nicht ärgern. Bleibt gesund. Und dann bis morgen beim nächsten täglichen Vlog. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.